Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim Let's Play Far Cry 3 im Co-Op Modos! Together! Hola! Euer Lucas089 und Hammer-LP wieder hier am Start. Lippenbekenntnis. Folge dem Weg zum Funkturm. Äh, bitte nicht so gay. Das war, ja, das wollte ich gerade selber sagen, das war gerade ein bisschen schwul. Jo, aber beim letzten Mal hatten wir, also fand ich, eine geile Bunker-Szene gemacht. Ähm, und dann hatten wir zum Schluss noch einen Wettkampf, also so einen Wettbewerb gemacht. Da hat Lucas, äh, ne, Lucifer 080. Hä? Lucifer 080? Ja, ist ja strange mit den Namen. Ja, aber auf jeden Fall coole Erfahrung mit den Granaten. Und da ist ein MG-Schütze, der immer noch lebt. Ach, du gut. Du dummer Hund. Wo die Deckung ist, fuck da. Wo ist denn eure Deckung? Wow! Hilf mir! Oh, das ist schon getan. Was? Ich habe die Folge des Folgen dem Weg zum Funky-Funkturm. Funky? Was wolltest du da sagen, ey? Ja, Funky-Funkturm wollte ich sagen. Funky. Ah, die Scheiße. Und, ja. Muni! Muni! So. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Äh. Hä, ich war jetzt von irgendwo angegriffen. Ah, von links, von links, von links. Da, ich mache mein Ding. Komm schnell. Boom. Okay. Wow! Was ist das denn, Alter? Das war crazy. A little bit crazy. So. Nee. Doppelkill. So. Oh, cool. Wir müssen den Turm zerstören, wa? Ja, ach nee. Schlaumeier. Jage den Funkturm in die Luft. Oh, hier kann man eine Muni rein. Das habe ich gesehen, aber ich wusste nicht, wie man reinkommt. Äh, ich halte mal den Sprengsatz. Munition, hier! Kannst du dich überhaupt tragen? Ja, du musst mich aber, glaube ich, protecten. I protect you. Wir nehmen den Sprengstoff. Ich protecte dich. Oh, ich schaute. Was, Alter? Da hast du geraucht. Ja, aber lauf nicht so... Ja, 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 ja. Keine Sorge. Ich bleib' jetzt stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Hier ist keiner. Ach, dass vorne sind. Äh... Ist einer? Ich leg einfach mal... Ja, schrei oder so. Was? Los, Mann! Der scheiß Turm muss da weg! Hilfe! Hilfe! Ich hebe wieder auf, ja? Ja, bevor das respawnt wieder. Nein, scheiße! Hinter dir! Hab ich gemessert, super. Okay, Achtung! Wo bist du denn? Ah! Ja, ich lauf jetzt. Da, da ist noch einer! Scheiße, renne weg! Äh, wie jetzt? Fuck, mach mal Dings! Kampfschraube! Äh... Äh... Ach so, noch weiter wegrennen, oder? Ach, du Kacke! Was war das? Oh Gott, hoffentlich fällt er nicht auf mich. Wir warten, bis sie fertig sind! Das war's! Leg eine Bombe in den Lift! Wenn ich nicht herausreden, machen wir sie platt! Scheiße, wir müssen noch mehr machen. Oh, krass. Das war geil. Ähm... Du, die nächste Bombe, oder wie? Ach, wir müssen zurück, okay. Ja, nochmal zurück. Schicke eine Bombe mit... Ach, geil! Schicke eine Bombe... Oh Gott. Schicke eine Bombe mit dem Aufzug herunter. Geil, ja. Achtung, da ist Hörstimm. Da links ist eine. Erstmal Muni holen. Einmal. So. Zweimal. Und hier die Bombe. Let's go! Achtung, Schnippel ist sie irgendwo. Ach so, äh... Ja. Wir öffnen mal den Lift, oder so. Scheiße. Ach, ich schläg mal... Muss man eben mal selbst Hand anlegen. Und ich klemme fest. Ach so. So. Da ist ein Snipper. Warte mal, komm, schreib bei mir. Ähm, ja, ja, ja. Hab ich gemacht, hab ich gemacht. Scheiße, das ist ein Fettsack. Was für ein Fettsack. Alter, sind die zu viele gerade. Scheiße. Was? Oh, fuck, da ist ein Fettsack. Da kommt einer mit Paniel. Ich muss nur kurz in Deckung. Ich muss denn noch wie lowen, die Scheiße. Nein, warum boxen die denn nun mal, Alter? Ey, Alter. Äh, glaube, Lukas, äh, ne? Nee, 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 kein Ding, kein Ding. Ja, du musst auch mal zu mir kommen. Ja, ach, nee. Dann mach ich schnell Kampfschrei gleich danach. Bam. Boah, das sind viel zu viele, Mann. Das geht ab. Ah. Nein. Nein. Wo ist denn der Dicke überhaupt? Ich hab, ja, ich hab ihn gerade getötet. Shit, mein ganzes Leben. Du musst doch immer mal ein bisschen auf meine Anzeige glotzen. Ich bin fast immer am Abkacken, weil ich mich um den Dicke kümmer. So. Weiter mit dem Lift. Guck vorm Ziel, Digga. Ah, mir grad zu verkackt. So, ich hab mal die Bombe in den Lift gelegt. Äh, lassen wir den mal runter, ja? Geil. Ja, jetzt so. Achtung, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, hier rein? Oh, geil. Yeah. Fettsack, scheiße. Ach, du kacke. Ich muss, äh, die RPG reloaden. Ich auch. Boah, das war Harschaft dabei, äh, daneben. Also, ich hab getroffen. Das war schon wieder daneben. Mach mal einen, äh... Hinter diesen Slipper. Ja, mach mal bitte für mich mal so. Oh, hab ihn. Ach, scheiße. Ach, du solltest doch mal hier diesen Nahkampfschrei machen. Ach, ich hab jetzt rum. Ach, ich hab jetzt rum. Ach, ich hab jetzt rum. So, fahr'n wir mal bei mir. Hier so, Muni, nochmal. Oh ja, RPG, auch noch nachladen, gell? Ach, wir müssen ne Bombe... Och Gott. Ich tage das. Pass auf! Noch ne Bombe hinunter tragen. Ne coole Bombe. Ja, ich versuch mal hier ein bisschen was zu machen. Vorher schon. Vorher schon? Okay. Ja, ja, ich bin dabei. Was ist wohl passiert, wenn ich die Bombe über die Kerze halte? Louis, komm jetzt hier rein. Ach so, ich wollte... Ich wollte gerade mal ausprobieren. Ja, und jetzt? Ach so! Doch, rennen wir! Fuck! Fuck! Spring! Spring! Huuuah! Oh! Ja, Mann, das war geil. Ja, wisst du wie? Es rennen jetzt so vier Leute raus, ja? Boah! Geil, ey. Ja, Mann. Was den Käpt'n betrifft, darf ich persönlich dafür. Gut, wir haben wieder was anlockt. Hide and Seek. Mua! Was war das denn? Keine Ahnung. Oh nein! Die Stimmen! So, Leltswansig. Ne, oh, ich hab die F1. Yeah, geil. Die ist cool. Die Famous, die Farmers. Ach so. Ja, äh, Lukas, wie sieht's aus? Wollen wir mal Pause machen? Ja, klar, das war jetzt eine nette, äh, Aufnahme-Session. Fortfältige. Gut, dann, ähm, ja, verabscheuen wir uns mal. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt, euch das angesehen habt, unsere Freaky-Session. Und ja, ich hoffe mal, euch hat's gefallen. Und denkt dran, abonnieren! Ja. Und auch beide, Lucifer-LP und Hamahai-LP. Ja, genau. Und unser nächster Kapitel... Nächster Kapitel? Grammatik schnell nachschauen. Nächstes Kapitel ist Stoßverkehr. Ja. Stimmt. Das ist auch ein geiles Kapitel. Ja. Ja, Stoßverkehr. Und das am Samstagabend. Ja, aber das gibt nichts Besseres. Wie die wohl auf den Namen gekommen sind. Ja, wie Schneckenhengste. So. So. Ja, schön. Ja, dann haut rein, ne? Cool. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschö.